Nutzen Sie bei der Suche nach erfolgversprechenden Aktien den Qualitätsfilter, um mithilfe unserer teils einzigartigen Kennzahlen die Spreu vom Weizen zu trennen. Filtern Sie beispielsweise nach stabil steigenden Gewinnen anhand des Kriteriums Stabilität des Gewinns von mindestens 0,8 oder geben Sie vor, dass das Gewinnwachstum über die letzten zehn Jahre im jährlichen Mittel mindestens 5% betragen soll. Jedes neu hinzugefügte Filterkriterium wird sofort auf den Screener angewandt und reduziert die Anzahl der dort angezeigten Aktien. Sie können Ihren Filter jederzeit abspeichern, ändern oder bei Bedarf auch wieder löschen. Legen Sie einen Filter durch Klick auf den Button Anlegen an. Vergeben Sie nun einen Namen und bestimmen Sie, ob der Filter bei Nutzung des Aktienfinders als Standardfilter geladen werden soll. Durch den Haken Vorlage nutzen wird die aktuelle Filtereinstellung in den neuen Filter übernommen. In der Dropdown-Box wählen Sie zwischen den bestehenden Filtern aus. Sie können den Filter durch Klick auf den Button Filter ist an jederzeit deaktivieren. Durch erneuten Klick auf denselben Button wird der Filter wieder aktiv. Das ist eine Anlegung. Das kann man bei Belieb'n verlieft. Das kann man dann auf den Supporten Platz nehmen.